Das ist Moritz, 14 Jahre alt und einer der besten Snowboarder seiner Altersklasse. Slopestyle ist seine Disziplin. Dabei fährt man über Rampen oder solche Tubes. Also Röhren. Und zeigt verschiedene Tricks. Moritz ist so gut, dass er zum deutschen Jugendnationalteam gehört. Und irgendwann will er mal ganz oben mitfahren. Ich schau mir heute an, wie hart Moritz dafür trainiert. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Mit sieben. Ich bin erst ziemlich viel Ski gefahren und dann war ich immer bei meiner Oma. Und da war ein großer Funpark und da waren auch immer sau viele Snowboarder. Und ich fand, es sah voll cool aus, wie die über die Schanzen gesprungen sind und Tricks gemacht haben. Und dann wollte ich bloß noch Snowboard fahren. Was ist für dich das Beste am Snowboarden? Dass man immer mit Freunden unterwegs ist, neue Leute kennenlernt, es unendlich viele Tricks gibt. Das Gefühl, wenn man einen neuen Trick, einen krassen Trick landet. Gibt es da noch irgendwas, was du unbedingt erreichen willst? Mein Contest-Ziel wäre schon, mal bei Olympia mitzufahren. Um diesem Traum näher zu kommen, geht Moritz seit zwei Jahren auf das COD-Wintersportinternat in Berchtesgaden. Hier trainiert das Jugendnationalteam. Moritz besucht die 9. Klasse und hat vormittags ganz normal Unterricht. Am Nachmittag steht Training mit den anderen Snowboardern an. Moritz ist der Jüngste im Team. Mit Skaten machen sich alle warm. Danach geht's in die Trampolin-Halle mit Trainer Benedikt. Also, normales Trampolin-Training heute. Wir machen ein paar runden Warm-up, die ganzen Bad-Tricks durch. Kennt ihr ja, Gymnastikübungen zurück. Jana macht heute mit, springt auch ein bisschen. Genau, okay, also, los geht's. Moritz, wieso trainierst du denn eigentlich auf dem Trampolin? Damit einem die Tricks am Schnee auf dem Snowboard dann leichter fallen. Die Bewegungsabläufe in der Luft sind ähnlich. Und auf dem Trampolin ist die Verletzungsgefahr nicht so groß. Außerdem kann man die Sprünge so oft wiederholen, bis sie perfekt sitzen. Ah, okay, ich hab dich vorhin schon ein bisschen beobachtet mit deinem Trainer. Was für Tricks übst du denn gerade? Back 7 und Cap 9, so heißen die. Also, das eine sind zwei Drehungen in die eine Richtung. Und das andere zweieinhalb in die andere Richtung, sozusagen. Und bei beiden geht man ein bisschen über den Kopf. Aber kostet das nicht ganz schön viel Überwindung, dann vom Trampolin den Trick wirklich auf dem Snowboard zu wagen? Kommt drauf an, zum Beispiel bei Doubles, also beim doppelten Salto. Das ist, finde ich, ziemlich die krasse Überwindung. Aber bei normalen Drehungen geht's. Hast du dich auch schon mal verletzt? Ja, vor zwei Monaten in Hintertux, oder sogar schon drei, da bin ich in der Früh beim ersten Lauf viel zu schnell gefahren, weil es halt noch saueisig war und dann komplett zu weit geflogen und dann auf dem Arm. Und dann war ich zwei Monate raus, aber jetzt ist wieder gut verhalten. Und da bald schon wieder Wettbewerbe anstehen, muss Moritz jetzt im Training aufholen. Ja, besser. Jetzt machen wir mit spotten, okay? Ich zeig dir eine Zahl und du sagst mir nach einem Dreier, welches es ist. Beim spotten soll Moritz die Zahl erkennen, die ihm sein Trainer Benedikt zeigt. So trainiert er, bei Drehungen die Orientierung zu behalten. Sehr gut, der war jetzt richtig schön. Der war cool. Und wie zufrieden bist du mit dem Moritz? Ja, sehr. Also ich bin eigentlich immer dann zufrieden mit meinen Jungs, wenn sie motiviert sind und wenn sie mit Begeisterung bei der Sache sind. Also kann ich mich gerade nicht beklagen bei Moritz. Merkst du denn noch, dass er verletzt war? Es ist eher so, dass ihm ein bisschen Trainingszeit fehlt oder ein bisschen Zeit auf dem Schnee natürlich. Aber so vom Kopf her ist er auf jeden Fall, ist er gut und topfit. Also der ist ein alter Skater, der weiß auch wie man fliegt und das passt schon. Was würdest du denn sagen ist Moritz größte Stärke? Ja, er ist ja der Kleinste so bei uns und muss sich da auf jeden Fall erstmal behaupten in diesem Team. Das ist sicher nicht ganz einfach und da habe ich echt Respekt davor, dass er als Kleinster da so trotzdem mit den Großen auch mithalten kann und da die Stärke hat und sagt, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich bin da trotzdem voll mit dabei. Wenn Moritz so weitermacht, hat er gute Chancen auf eine Profikarriere. Dafür nimmt er in Kauf, dass seine Trainingstage lang und anstrengend sind. Aber sein Wohnheim ist zum Glück nicht weit entfernt von der Sporthalle. Das ist mein Zimmer. Wirklich viel Zeit verbringt Moritz nicht auf seinem Zimmer. Er trainiert hart und ist oft auf Wettbewerben. Was würdest du denn sagen war bis jetzt so dein größter Erfolg? Ja, die deutsche Meisterschaft habe ich schon zweimal gewonnen. Also deutscher Meister klingt schon ziemlich gut. Ja. Wenn wichtige Wettkämpfe sind, dann werdet ihr schon freigestellt. Wir werden eigentlich ziemlich oft freigestellt. Freitag, Samstag, Sonntag gehen wir da meistens snowboarden. Also Freitag sind wir nicht so oft da. Das ist cool. Ja, voll. Wie kriegst du denn Schule und Sport beides unter einen Hut? Ich probiere so wenig wie möglich zu versäumen. Und abends gehe ich normalerweise immer noch eine Stunde in die Lernzeit. Und da macht man seine Hausaufgaben, lernt. Ja, sind auch welche aus meiner Klasse. Kann man sich das ein bisschen erklären gegenseitig. Jetzt machst du ja ganz schön viel Sport und bist viel im Internat. Wie oft siehst du denn deine Familie? Ja, ich komme so ungefähr jedes zweite Wochenende heim. Und auch die ganzen Ferien. Also ich finde, dass ich ungefähr die Hälfte hier wohne, die andere Hälfte daheim. Also so fühlt es sich an. Hat man da auch manchmal ein bisschen Heimweh? Doch schon. Zum Beispiel, wenn man allein im Zimmer ist, dann ist Training vielleicht auch mal noch nicht so gut lief. Und weil es ja morgen früh relativ zügig wieder zum Snowboarden geht, lasse ich dich jetzt nochmal eine Runde Hausaufgaben machen. Und wir zwei sehen uns morgen, okay? Schlaf gut und bis morgen. Am nächsten Morgen geht's ab auf die Piste. Eine knappe Stunde entfernt vom Internat liegt Flachau-Winkel, ein großes Skigebiet in Österreich. Hier trainiert das Jugend-Nationalteam regelmäßig an den Wochenenden. Heute ist das letzte Training, bevor Moritz zu einem Wettkampf nach Italien fährt. Und Moritz, wie fühlst du dich denn heute? Ja, gut. Ja? Ja. Was hast du dir vorgenommen? Eigentlich Back 7 und Cap 9. Also meine Tricks für Livigno nächste Woche. Aber jetzt ist das Wetter heute nicht so gut, also denke ich, dass es eher nichts wird. Was heißt denn, das Wetter ist nicht so gut? Es schneit ja. Ja, es hat aber schon die ganze Nacht geschneit, also es ist mega viel Schnee im Park. Das heißt, man ist saulangsam und die Sicht ist auch nicht so gut. Also, ja. Das heißt, du weißt jetzt nicht, ob du die beiden Tricks heute machen kannst? Ja, ich denke eher nicht, außer es reißt noch auf. Was ist denn, wenn du die beiden Tricks heute nicht mehr üben kannst? Versuchst du die dann trotzdem nächste Woche beim Wettkampf? Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich habe die ja letzte Saison schon mal gemacht und den einen davon diese Saison auch schon. Ich drücke die Daumen, dass du zumindest den Back 7 heute machen kannst. Also ab in den Fun Park. Tatsächlich ist die Sicht gerade sehr schlecht und die großen Rampen, die Moritz für seine Tricks braucht, sind deshalb gesperrt. Die Jungs üben trotzdem auf den kleineren Rampen und Tubes. Moritz hilft jetzt jede Fahrpraxis, um seinen Trainingsrückstand wieder aufzuholen. Er darf sich bloß nicht nochmal verletzen. Den Back 7 kann Moritz heute leider nicht mehr machen. Aber die Jungs zeigen mir trotzdem einige ihrer besten Tricks. Mit dem Sprung hat es heute wegen des Wetteres nicht hingehauen, ne? Ja, nicht so schlimm. Aber du hast gesagt, Spaß im Schnee ist vor dem Wettkampf genauso wichtig. Ja, auf jeden Fall. Und das sah gerade nach Spaß aus. Ja, war mega cool. Ich drücke dir auf jeden Fall nächste Woche ganz, ganz, ganz fest die Daumen, Moritz. Abgemacht? Ja, danke. Was findet ihr denn eigentlich cooler? Skifahren oder Snowboarden? Schreibt in unser Gästebuch auf www.neuneinhalb.de und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir haben jetzt noch ein bisschen Spaß im Schnee, ne? Ja.